Herzlich willkommen zurück, meine Wikinger. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch ein bisschen weiterspielen. Mal gucken, was hier so passiert. Oder auch überhaupt nichts bedeuten. In Asgard scheinen vage Aussagen an der Tagesordnung zu sein, weiss. Komm mit, reden wir Klartext. Eine Sache verwundert mich. Ihr kauert hier in diesen Löchern wie Kaninchen. Warum wehrt ihr euch nicht? Das ist so witzig, wir sollen immer irgendjemandem folgen hier. Folge Brot, Folge Wasser. Nachdem sie uns getrennt hatten, waren wir erledigt. Dann schließt euch wieder zusammen. Erhebt eure Äxte, werdet sie los! Ach, so einfach ist das. Hör mal, wir wissen nicht einmal, wo die anderen sind. Die Zufluchtsorte waren so geplant, dass wenn einer von uns erwischt wird, er nicht alle verraten kann. Aber ich wette, du könntest sie verraten. Aber sicher können wir das. Mein Ziel ist Surt und die Rettung meines Sohnes. Dass Surt nicht getötet werden kann, hast du mitbekommen. Ich sehe da ein Problem. Ich werde einen Weg finden. Andernfalls nehme ich ihm das, was er am meisten schätzt und tausche es gegen Balders Freiheit ein. Auf jeden Fall brauchst du unsere Hilfe. Du kennst dich hier nicht aus. Ich verstehe das schon. Das ist nicht dein Krieg. Du willst nur deinen Sohn zurück. Aber mit diesen Feuerriesen vor unserer Haustür ist nicht zu spaßen. Wenn sie uns finden, sind wir tot. Allerdings lieben sie es, sich gegenseitig zu bekämpfen. Das Einzige, was sie davon abhält, ist ihre Angst vor Surt. Schalte ihren Anführer aus und sie werden sich gegenseitig zerfleischen und wahrscheinlich zurück nach Muspelsheim fliehen. Dann wird Svartalfaheim endlich wieder den Zwergen gehören. Zwerge, die demjenigen, der es ihnen zurückgegeben hat, sehr, sehr dankbar sein werden. Es gibt noch mehr Geschenke da, wo dieser Armschutz herkommt. Ich verspreche euch nichts. Hat er Geschenke gesagt? Aber ich werde eure Zufluchtsorte aufsuchen. Vielleicht finde ich dort eine Möglichkeit, beide zu retten. Das reicht mir fürs Erste. Ja. Ich muss erst mich voll sabbeln und dann hier. Geschenke, Geschenke, ich habe Geschenke gehört. Oha. Das gefällt mir. Wow. Das ist das, warum ich immer wieder Assassin's Creed spiele. Ich kriege sogar ein bisschen Gänsehaut hier. Wunderschön. So, genug gequatscht. Ach so, einer bist du. So, guck mal, hier vorne haben wir gleich schon was. Tüdelin. Was können wir hier machen? Das sind die... Wir jumpen mal einfach runter. Du kannst die ungefähre Lage einer zu... Ungefähr. Ja, da war... Okay, das passt. Dann wollen wir uns mal auf den Weg machen. Ähm... So. Komm her. Oh, miau. Gut, da haben wir noch von... Ja, hallo, ich möchte auf dir drauf sitzen. Danke. Okay. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Icarus gespielt. Ich wollte das eben abklopfen, ja, aber gut. Lass uns mal... Kommen da schon Gegner? Oder was ist das? Hier vorne möchte ich... Das ist so ein Raben. Oh, hier kriegen wir Pfeile. Guck mal. Ja. Den Steuerraum müssen wir noch ein bisschen üben. Komm mal. Du darfst weiter reiten. Vielleicht braucht dich der Weihnachtsmann heute nochmal. Oh, ha. Was passt denn? Ups. Sperrgebiet. Okay. Immer mitten rein da. Oh. Ups. Ich glaube, wir haben was vergessen. Die Überreste... Nein, das habe ich jetzt nicht mehr. Okay, wir müssen erst unsere Dings aufladen. Das gab eben ganz schön auf und mitziehen. Au, au, au. Ne. Das glaube ich dir nicht. Du bist jetzt... Oh, ich muss erst wieder reinfinden hier. Wir müssen wahrscheinlich da hoch. So. Also die 5. Zack. Wie habe ich das vermisst, ne? Ich gebe es ja ganz offen und ehrlich zu. Der erste Giffel, den wir heute besteigen. Und hier. Okay. Ähm, ja. Das dürfen wir dann hier machen. Natürlich Mist, ne? Jo. Das war's. Guck mal, hier sind sogar die Blumen, womit wir hätten auffüllen können. Also hier gab es jetzt nichts. Doch, da. Guck mal, wir sind einfach nur falsch geklettert. Ich bin mal gespannt, ob es das vor jedem gibt. Ja, wir klettern natürlich nach ganz oben. So sind wir immer. Eine Blume können wir hier vorne noch nehmen. Das sieht auch so aus, als würden die wiederkommen. Burn. Dü, 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 dü. Burn. 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 Und eine Notiz, Teil eines, das war wohl ein ziemlich dummer Einfall. Ich hielt mich für so klug, als ich mich hier oben versteckte. Das glaube ich auch. Das war der falsche. Ich glaube, nächstes Mal darfst du dich woanders verstecken. So. Zack. Ja, ich würde sagen, erste Städte geplündert hier. Das war jetzt nicht so überragend. Wo wollen wir dann als nächstes hin? Ich würde sagen, da. Sieht schon geil aus. Macht ja Sinn, wenn wir den ersten Synchronisationspunkt mitnehmen. Dann sehen wir ein bisschen, wo, wie, wo, was. Svaladal. Ist das ein gutes Zeichen, dass hier gleich schon wieder Blümchen stehen? Und Munka. Ist gut. Mein junger Padawan. Darfst du dich ausruhen. Gleich kommt wieder so ein geiler. Ich liebe das Spiel dafür, ne? Wunderschön. So, jetzt können wir mal gucken. Ah, siehst du? Ein bisschen was haben wir entdeckt. Ist die Frage, ob wir gleich unseren ersten Raubzug machen wollen. Mit der Besatzung und Quatsch. Wir gucken erst mal, was hier ist. Wo ist er? Da. So, ich hoffe, du hast die genug ausgeholt hier, mein Freund. Wir haben was zu erledigen. Na, da unten. Wie kommen wir da am schlechtesten hin? Hier stimmt etwas nicht. Mhm. Juton. Entferne Juton-Fäule, um die Runde zu haben. Allerdings musst du dabei gut zu Fuß sein. Okay, das heißt, wir können hier noch nicht... ...brauchen wir erst das nächste Geschenk. Ich kann hier noch mal um die Ecke glimsen. Das sieht schlecht aus für uns. Was? Sie treiben sich böse Geister. Wer wie was, wieso, weshalb, warum. Manchmal klettert er auch so, wie er einfach Bock hat, ne? Okay. Oh! Der ist auch gesehen. Da war ein kleiner Fehler gerade. Können wir die abmalen? Ja, Tatsache. Ja, wo wollen wir denn als nächstes hin? Hm, hm, hm. Dann, wir machen das so. Dann möchte ich, ähm... ...ne, nicht Geschlecht ändern hier. So wollen wir mal gar nicht anfangen. So. Wo ist unser Gefährt? Hier, komm. Stimmt dann mit dir nicht. Ernsthaft? Siehst du, wir haben wieder alles verlernt hier. Unglaublich. Na, ich wollte das schon sagen. Du brauchst sie nicht verstecken. Ja! Jetzt ist die Frage, ob wir... Ja, wir reiten so quer durch zur nächsten Zufluchtsstätte. Gucken, was uns da erwartet. Oh, okay. Los, rein da. In den Feind. Oh. Sorry. Ich hoffe, dir geht's gut. Kommst du nachher wieder? Du wolltest hier ja eh ausruhen, ne? Hast du gesagt? Ah, so viel schöner Erze hier, ne? Muss man alle mitnehmen, ne? Dip, dip. Da hinten sind auch... Also jetzt wissen wir definitiv, ob wir schon mal Erze farmen können. Seht ihr das, was ich sehe? Ich traue mich gar nicht, unser Reitier zu rufen. Wir haben den eben so gequält. So, moin. So, moin. Ein Troupede hier. Prost. Hallo, ich wollte mal Hi sagen. Oh, okay. Ah, ist echt dunkel hier, ne? Aber dunkel ist gut ein Monkel. Okay. Ach, guck mal. Na, 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 na. Okay, da oben. Da oben möchte ich gerne mit dir rauf. Hm? Es ist nur die Frage, wie wir unten reinkommen. Gibt's hier noch einen anderen Eingang? Ach, da. Das sieht doch so aus. Ich will mal eben kurz aufladen. Gibt's hier keinen Krug, den wir benutzen können? Äh, warte mal. Oh. Nee. Nee, nee. Ich glaube, wir werden ein bisschen öfters brennen. So, wie wir hier waren. Wir mal gucken, ob wir da... Und da oben die Kiste haben wir gelootet, ne? Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da rein? Jetzt halt, da merkt man, dass ich so raus bin, ne? So lange schon nicht mehr gespielt. Nee. 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 Guck mal, ob wir hier auf der anderen Seite von der Höhle... Ich bezweifle es, ja. Das fängt ja schon wieder wunderbar an hier. Ich und mein Holz. Keiner gesehen, ne? Was machen wir beim nächsten Mal? Ist das ein Wolf, oder? Lass mich in Ruhe. Dann lass ich dich auch in Ruhe. Guck mal. Oh, was ist das denn? Wenn er in Richtung ist. Mhm, mhm, mhm. Rätselmini-Jungs. Mit dem Platinum kannst du deine Rüstung... Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen hier. Warte mal. Können wir den da oben hin machen? Ja, das ist doch alles. So, wir wollen die Tür hier auf. Ach, guck mal hier. Lichttür, diese Tür kann doch an dem siehren. Eben tappen wir ihn doch. Da. Ja. Das haben wir die einfachsten. ich würde ja sagen wir hier das ding aber er ist ja nicht so nicht so bock der reicht halt nicht so weit ne der strahl was bist du für gefährt kann halt noch nicht ich hab den lichtstrahl da projekte senden ein lichtstrahl aus der entstelle die entfernung das spiel beeinflusst das wachstum der quartz kristalle wenn ich es schaffe die strahlen richtig auszurichten erwartet kann ihn halt nicht bewegen legst mich doch am arsch ah guck mal da ist noch ein ok da kommen wir da genau so habe ich auch gerade hoch da minion das auch noch wir sind dann hier drehbarer spiel ich glaube jetzt kommen wir der ganzen sache ein wenig näher so wir müssen nämlich mein bauchgefühl sagt hier oben warten die ausgrabung in diesen ruinen lass mich vermuten dass das hier lebende volk vorhatte irgendwie die quaz krist ich hab doch eben vom weiten eingesehen den mann da oben ich bin doch schon wieder ein blindfisch heiler so aber wieso kann man die dann nicht bewegen die freunde ich bin doch ich bin doch okay wir können loslegen siehste aller anfangen ist schwer so moin ist hier auch jemand ne hier waren wir vorhin ne ernsthaft da hätten wir hochklettern können ich ich glaube wir können jetzt zudem gehen warte das machen wir so rum naja dann können wir jetzt natürlich müssen wir so rum gehen so da leuchtet der hin der letzte das ist nämlich der freund da oben ich hoffe jetzt können wir ihn bewegen mal eben im blätterteich rein hier das ist doch zu mäuse wieso kann ich ihn dann nicht bewegen tja der strahl dahin ach man ja genau das zeige ich dazu auch wir looten erstmal jetzt ich würde euch ja gerne bewegen aber ich kann nicht das geht mir so ein bisschen auf den zeiger ach ich weiß was ernsthaft wollt ihr mich dann auf den kuckuck nehmen die tür geht auf ende aus miki wo siehst du die tür jawoll heul mich ein bisschen dass sie es doch hingekriegt haben so den und den können wir nicht bewegen jetzt ist die frage nur was machen wir mit der anderen seite ist die jetzt auch auf hier war ja alles durch meins 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 ne ja aber Ah, okay. Zack. Warum einfach, wenn es auch kompliziert ist? Tragend. Ein tragbarer Spiegel. Ähm, okay. Ich habe so eine kleine, warte mal. Darf ich dich nochmal ablegen? Hup. So, erstmal plündern und dann... So. Ich glaube, ich weiß nämlich, wo wir den... ...packen. Ablegen. Hup. Ah, gut. Ich habe dich doch getroffen. So viel zu den Dingen. Aber, meine lieben Freunde, ich glaube, wir machen da beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ich freue mich über jeden. Auch über Daumen runter. Wenn ihr konstruktive Kritik habt, immer her damit. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Euer Pupmann. Ciao, ciao. Ciao.